Saddest Future Icons in FIFA. Ich sehe es hier schon. Das ist safe Messis Lauf. Ah, hier seht ihr auch ein Foto. Ach, gell. Leute, Kuss geht raus. Danke für euren Support hier auf dem Clip-Kanal. Ich kann mich immer wieder nur bedanken, dass ihr die Clips hier so auseinander nehmt. Deswegen lasst doch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke auf dem Kanal, damit ihr alle Clips immer hier seht. Kuss, 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 kuss. Und wo da durchgelaufen ist, dann der Lupfer. Ach, Digga. Messi, Messi, Messi. Wenn diese Ära vorbeigeht, Leute, dann ist es eh vorbei. Wenn diese Ära vorbeigeht, Ronaldo, Messi. Ich will nicht wissen, was danach kommt. Also, viele sagen ja, Mbappé, Haaland. Aber in diese beiden Fußstapfen, boah. Ja, so eine Karte hat sich safe verdient. Also, Messi hätte sogar 100er-Icon verdient, ne? Bestimmt mal, Ronaldo und Messi die ersten Icons mit 100 Rating in FIFA. Das wäre schon krank, Alter. Man muss sich das so vorstellen, ne? Die sind schon so lange am Start und rasieren, dominieren jedes Jahr einfach komplett die zwei. An dem Ballon d'Or sieht ihr es ja. Gab es früher so, dass jedes Jahr immer dasselbe den Ballon d'Or gewonnen hat? Nein. Aber jetzt mittlerweile Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Die Ära wird bald zu Ende gehen. Schade.